Herzlich willkommen zu den Ziehungen von Lotto 6 aus 45, Lotto Plus und Joker. Bei der Bonusziehung am vergangenen Freitag hat es zum dritten Mal in Folge keinen Sechser gegeben. Somit geht es heute um einen Dreifach-Checkpot. Ziehungsgeräte und Kugeln sind notariell überprüft und ich wünsche Ihnen viel Glück. Und die erste Gewinnzahl von heute Sonntag lautet 13, 13. Weiter geht es mit 39, 39. Die dritte Gewinnzahl heute Abend ist 35, 35. Heute auch mit dabei ist 17, 17. Wir nähern uns dem heutigen Sechser mit 7, 7. Und komplett ist er mit 20. 20. Fehlt somit noch die Zusatzzahl und diese lautet 12. Wenn Sie in einem Ihrer Tipps die soeben gezogenen Zahlen angekreuzt haben, dann haben Sie den Dreifach-Checkpot geknackt. Und damit kommen wir zu Lotto Plus. Bei Lotto Plus haben Sie mit Ihren Tipps eine weitere Gewinnmöglichkeit. Und los geht's! Die erste Gewinnzahl bei Lotto Plus lautet 28, 28. Die zweite Gewinnzahl bei Lotto Plus. 26, 26, heute auch mit dabei ist 9, 9, die vorletzte Gewinnsaal bei Lotto Plus ist 1. 1 Und komplett ist der Lotto Plus 6er mit 16, 16. Bei Lotto Plus hat es am Freitag ebenfalls keinen 6er gegeben, die Summe wurde wie gewohnt auf die 5er aufgeteilt. Und nun zum Joker. Beim Joker ist zuletzt ebenfalls ein Gewinn im ersten Rang ausgeblieben, somit geht es auch hier heute um einen Jackpot. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Die erste Stelle der heutigen Joker-Zahl ist 0. 0 An der zweiten Stelle haben wir 7. 7 Auch die dritte Stelle lautet 7. An der vierten Stelle haben wir 1. 1 Die vorletzte Stelle lautet 3. 3. Und an der sechsten und letzten Stelle haben wir 5. Ob Sie gewonnen haben, können Sie mit der Lotterien-App oder im ORF-Teletext auf Seite 721 überprüfen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend und freue mich auf ein Wiedersehen bei Lotto 6 aus 45, Lotto Plus und Joker am kommenden Mittwoch hier in ORF 2.